Obama aus Syrien, Obama aus Syrien, Obama aus Syrien, Obama aus Syrien, Obama aus Syrien. Während wir hier stehen, haben die Geheimdienste bereits eine tolle Sache geplant. Ab dem 15. üben zwölf Staaten geheime Kommandoaktionen für Syrien, damit noch mehr syrische Zivilisten auf den Straßen von Damaskus und Aleppo und Homs sterben. An amerikanischen Geheimdienstbomben, Special Operations Command Central, so heißt diese Verbrecherbande, aus den USA, die Verbündete aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Kanada und anderen NATO-Staaten gesammelt hat, um ab dem 15. Mai solche Aktionen in Syrien stattfinden zu lassen. The German people do not want such terrorists as friends. Get the hell out of Germany. Take your fucking troops with you. Take your nuclear warheads with you. And get the fuck out of Germany. We want Germany for the Germans, we want Syria for the Syrians, and we want each and every country in the world for foreign people. Weiter wird. Hier wird gesagt, die Leute verstehen kein Englisch, aber die da drinnen, die verstehen Englisch. Obama ist ein Nobelpreispreis-Gloriator. Er hat diesen Preis gegeben. Von den Religionen. Was für? Er ist der Top-Terrorist gegen Syrien. What for? Er ist der Top-Terrorist gegen Libya. What for? Er ist der Top-Terrorist gegen Afghanistan. What for? Er ist der Top-Terrorist gegen Syrien. Er hat den Top-Terrorist gegen Syrien stärken. Amerika aus Syrien, Amerika aus Syrien, keine Geheimdienste mehr in Syrien, Amerikaner, Massenmörder, und ich frage einmal, ist das eine Demokratie? Jetzt wählen Sie Ihren neuen Präsidenten und jeder blöde Milliardär kann einen radikalen Zionisten als Präsidentschaftskandidat aufstellen. So geschehen mit einem korrekten Milliardär aus Las Vegas, der sein Geld am Spieltag...